Musik Moscheeraum am Flughafen Migrantensprache in der öffentlichen Verwaltung Das soll Integration sein Köln, Nordrhein-Westfalen Die Integrationsdebatte entwickelt sich immer mehr zum Popanz, der sich als Forderungskatalog der Zuwanderer gegenüber der einheimischen Bevölkerung äußert. Deutlich wird das unter anderem an dem obskuren Treiben im Kölner Integrationsrat. Statt ein Ort der Begegnung und des Dialogs zu sein, der Migranten die Eingliederung in die deutsche Gesellschaft ermöglicht, stellen gewisse Pressure Groups laufend die Forderungen nach Privilegierung auf. Das äußert sich beispielsweise in der obskuren Forderung nach einer interkulturellen Öffnung der Stadtverwaltung. Gemeint ist konkret die Bevorzugung von Migranten mit schwachen Deutschkenntnissen, denen beim Einstellungstest ein Bonus gewährt wird, indem der Test teilweise in der Herkunftssprache absolviert werden kann. Auch verlangt man, dass sich die Migrationssprachen als Arbeitssprachen zwischen der amtlichen Verwaltung und den Migranten als Bürger etablieren. Dies soll durch spezielle Formulare und Informationsschriften in der Migrantensprache unterstützt werden. Jüngstes Beispiel ist die Etablierung eines Moscheeraumes im Kölner Flughafen. Dort gibt es zwar auch sonst keine Räumlichkeiten für die Vollziehung eines religiösen Kultes, aber im Zuge der vom Islamwulf postulierten Aussage, dass der Islam zu Deutschland gehöre, scheinen die Herrschaften der Religion des Friedens hier die Möglichkeit zu sehen, eine für alle sichtbare Wegmarke zu hinterlassen.